Mein perfektes Kamera Handheld Rig für das Jahr 2024. Hier ist es vor mir, genau so sieht es aus. Und mit der Frage, was das perfekte Rig für mich, beschäftige ich mich jetzt schon seit über drei Jahren. Und ich glaube, jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sagen kann, so ist es perfekt für mich. Und genau deswegen will ich euch in diesem Video zeigen, was genau ich verbaut habe, damit auch ihr aus meinen Erfahrungen lernen könnt und euch euer perfektes Rig zusammenbauen könnt. Aber woraus besteht das Ganze denn jetzt? Kurz vorweg, ihr findet natürlich alle verwendeten Teile in der Videobeschreibung. Und nein, auch wenn man es vielleicht meinen könnte, das Video ist nicht gesponsert, Alle Dinge, die ich euch heute zeige, habe ich von meinem eigenen Geld gekauft. Und dementsprechend kriegt ihr auch meine absolut ehrliche Meinung. Und ich würde sagen, damit starten wir rein. Und damit ihr einen guten Eindruck bekommt, woraus das Ganze besteht, würde ich sagen, wir zerlegen das Ganze jetzt mal. So, ihr seht, es ist wirklich eine ganze Menge und es passt noch nicht mal alles drauf. Ich will euch in diesem Video wirklich Step by Step zeigen, was ich wie und vor allem warum in diesem Rig verbaut. Und ich würde sagen, wir fangen beim absoluten Herzstück der Kamera an. Das ist nach wie vor meine Sony A7S III. Das ist mittlerweile nicht mehr die neueste Kamera. Ich glaube, Ende 2020 herausgekommen. Tut ihrem Job aber noch absolut treu Dienst. Und ist nicht umsonst in der ganzen Produktion, slash Content Creator, slash YouTube-Branche. Nach wie vor eine absolute Top-Wahl. Und so bin auch ich noch sehr zufrieden damit, auch wenn ich natürlich meine Augen auf eine FX3 oder eine FX6 habe. Aktuell ist es noch die Sony A7S III. Weil für mich einfach Größe, Bildqualität und Handling absolut stimmt. Aber da wir es ja nicht bei diesem kleinen Body belasten wollen, sondern in dem Fall ein großes Rig daraus bauen wollen, brauchen wir einen sogenannten Cage. Den schraubt man ganz einfach von unten hier an der Kamera fest. Und jetzt Achtung, gibt es hier an der Seite noch eine kleine Schraube, die man hier noch als zweiten Kontaktpunkt fest macht. Das habe ich, by the way, auch erst, weiß ich nicht, vor kurzem erfahren, was sich aber als absoluter Gamechanger herausstellt. Weil nämlich so die Kamera zwei Kontaktpunkte hat. Einmal hier und einmal da. Dadurch verdreht sie sich im Cage nicht mehr. Und ihr seht schon, auf einmal ist aus der kleinen, handlichen, süßen Kamera schon mal ein bisschen was Seriöseres geworden. In dem Fall ist der Cage von Smallric. Und er sieht natürlich cool aus und bietet auch Schutz. Aber am wichtigsten sind die ganzen Montagepunkte. Was uns zum nächsten Step bringt. Um später unser ganzes Zubehör schnell und flexibel an- und abbauen zu können, gibt es diese sogenannten Nato-Schienen. Ihr seht schon, die haben hier eine bestimmte Form. Und das könnt ihr euch vorstellen wie einen sogenannten Schnellverschluss. In dem Fall montieren wir hier eine an die Seite. So. Die sind, by the way, auch wieder von Smallric. Wie fast alles in dem Video. An der Stelle, wenn Smallric das sieht, hit me up. So, Nato Rail Nummer 1 ist schon mal fixiert. Jetzt kommt noch Nato Rail Nummer 2, nämlich hier oben drauf. In dem Fall lässt sich hier auch alles immer sehr entspannt mit den Inbus-Schrauben festschrauben. Nicht immer die gleiche Größe, aber da hilft es natürlich, irgendwie so ein Tool zu haben. In dem Fall ein absolutes No-Name-Tool. Macht aber einen super Job. Okay, deswegen kann ich euch jeden empfehlen. So. Ihr seht schon, Nato Rail oben, Nato Rail rechts und Nato Rail links. Weil nämlich der Cage an der linken Seite auch eine Nato Rail schon verbaut hat. An der Stelle montieren wir auch noch diese Akerswiss-Platte hier unten auf der Bodenseite. Ihr seht, die kann man ein bisschen exzentrisch verschrauben. Das heißt, zentral unter der Body. Und jetzt können wir anfangen anzubauen. Wie zum Beispiel diesen Holzgriff hier. Ihr seht schon, wunderschön. Hier diese Aufnahme kommt euch vielleicht schon bekannt vor. Nämlich können wir diese jetzt ganz easy an unsere eben montierte Nato Rail verschrauben. Zack. Und schon ist der Griff fertig. Das Coole an diesem Griff ist, das ist nicht nur ein sehr guter Holzgriff, sondern er hat auch diesen roten Knopf. Und das ist ein Aufnahme- und Startknopf. Das heißt, wenn wir hier auf der linken Seite dieses Kabel in den Micro-USB-Port stecken, können wir die Aufnahme später mit diesem roten Knopf starten und stoppen. Ohne immer umgreifen zu müssen. Das kann ich euch sagen, absoluter Game-Changer. Und ist später im Produktions-Workflow wirklich sehr, sehr praktisch. Als nächstes hier kommt dieser Griff. In dem Fall ist der auch wieder von SmallRig. Und für alle, die eins und eins zusammenzählen können, passt er mit dieser Aufnahme perfekt oben auf die andere Nato-Schiene. Was bedeutet, wir haben hier schon mal einen sehr sicheren Fit und die Möglichkeit, die Kamera jetzt auch von oben zu halten. Aber dabei soll es nicht bleiben. Nämlich, wenn wir jetzt hier noch einen Monitor montieren wollen, bietet es sich natürlich an, den hier vorne dran zu montieren. Dafür gibt es hier diesen Swivel-Mount, heißt es glaube ich. Auch hier von SmallRig, wer hat das gedacht. Und der passt 1A hier vorne hin. Und jetzt, seht ihr schon, fehlt eigentlich nur noch der Monitor. Welcher in meinem Fall ein Atomos Shinobi ist, der aber auch noch zusätzlich in einem Cage von Nitsi sitzt. Jetzt fragt man sich, warum braucht ein Monitor einen Cage? Das hat so ziemlich den gleichen Grund, warum man eine Kamera in einem Cage baut. In dem Fall natürlich ein bisschen Protektion, aber hauptsächlich mehr Verschraubungspunkte zu haben. So, und jetzt können wir hier unseren Monitor wunderbar an unserem eben verbauten Swivel-Mount dran montieren. Übrigens cooler Side-Fact, in den ganzen Griffen und Cages von SmallRig sind diese kleinen Inbusschlüssel verbaut, die dann passen. Und egal, wie schief die Produktion auch läuft, genug Tools hat man immer dabei. So, zurück zum Thema. Wie ihr seht, können wir jetzt den Monitor super easy hoch- und runterschwenken. Und das ist auch mega wichtig. Und wenn ich euch eins mit an die Hand geben darf, holt euch eine Monitorhalterung, die den Monitor zentriert. Was ich damit meine, diesen Monitor kann man jetzt immer hoch- und runterschwenken. Er wird sich aber nicht nach rechts und links oder irgendwie mit oder gegen den Uhrzeigersinn verdrehen. Das ist auch super wichtig. Da glaubt mir, sitzt der Monitor schief, wird euer Shot auch schief. Und das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Deswegen holt euch genauso eine Monitorhalterung und nicht irgendwie den Kugelkopf oder wie auch immer. Ich hab's am Anfang auch gemacht und mittlerweile, ich hasse es. Und an dem Punkt kommen wir nämlich auch schon zu euren Fragen. Ich hatte euch nämlich auf Instagram gefragt, was sind eure Fragen zu meinem Handheld-Rig? An der Stelle, wer mir noch nicht auf Instagram folgt, at Elias Reitmeier. Schaut da gern vorbei, da kriegt ihr noch mehr Behind-the-Scenes-Eindrücke, Fragen fürs Video und so weiter. Und eine sehr gute Frage fand ich, wie würdest du deinen Rig aufbauen, wenn du nur drei Teile zur Verfügung hättest? Und in dem Fall wäre es für mich jetzt mal Kamera, Cage und Objektiv ausgenommen, der Seitengriff, der Top-Handle und der Monitor. Weil ich glaube, das ist ein mega gutes Setup. Habe ich auch ganz am Anfang so auf jeden Fall gerockt. Und ich glaube, man hat genug Möglichkeiten, die Kamera gut zu führen. Hat auf jeden Fall einen externen Bildschirm, was natürlich auch extrem wichtig ist, um sein Bild besser zu sehen. Hat trotzdem gutes Handling, es sieht gut aus. Und ich denke, genauso würde ich mein Setup wieder bauen, wenn ich nur drei Teile anbauen dürfte. Da es in diesem Video aber nicht nur um drei Anbauteile, sondern um mein perfektes Handheld-Kamera-Rig gehen soll, würde ich sagen, wir müssen jetzt ein wenig auffahren. Und dafür brauchen wir folgende. Jedes große Rig braucht nämlich in irgendeiner Form eine Base. Und was dafür braucht, habe ich eigentlich hier in der Hand. Das ist in dem Fall auch wieder von Small Rig. Und ist eine sogenannte Rail Base. Nämlich kann man jetzt hier diese sogenannten Rods einfach rein sliden. Ihr seht schon. Gibt es übrigens auch in verschiedenen Materialien. Carbon, in dem Fall Alu, verschiedene Längen und so weiter. Darauf kommt jetzt hier diese Acker-Swiss-Crickquiddies-Mounting-Plate. In dem Fall auch wieder von Small Rig. Wer hätte es gedacht. Und die passt hier sehr gut drauf. Auch festgeschraubt. Das sitzt schon mal sehr gut. Und jetzt kommt auf diese Rückseite noch eine weitere Platte. In dem Fall ist es eine Sachtler-Manfrotto-Schnellwechselplatte, die einwandfrei hier drauf passt. Und warum wir das Ganze machen, seht ihr gleich. Das hat nämlich alles am Ende einen Sinn ergeben. So, und jetzt können wir dadurch, dass wir hier eine Acker-Swiss-Schnell-Platten-Wechsel... Boah, schwieriges Wort. Acker-Swiss-Schnell-Wechsel-Platten-Aufnahme haben. Und wir ganz am Anfang hier auch eine Acker-Swiss-Platte montiert haben, können wir ganz einfach das Ganze hier drauf montieren. Den Hebel umlegen. Und ihr seht schon, das Ganze sieht schon mal eine ganze Ecke größer, professioneller, was auch immer aus. Aber dabei soll es nicht bleiben, denn einer der wichtigsten Punkte bei einem richtigen Rig ist das Thema Stromversorgung. Und dafür gibt es folgende Lösung. Das hier ist ein sogenannter V-Mount-Akku. Der hat seinen Namen, wer hätte es fast denken können, wegen seinem V-Mount. Das ist dieser V-förmigen Aufnahmeplatte hier. Und das ist ein sehr verbreitetes Akkusystem. Das Coole an den Akkus ist, die gibt es in verschiedenen Größen, in verschiedenen Formen, in verschiedenen Speicherkapazitäten. Und es ist ein wirklich sehr vielfältiges und flexibles Akkusystem. Man kann es an Kameras anschließen, man kann es an Lichter anschließen, man kann es an Funkstrecke anschließen und so weiter. Und damit wir diesen V-Mount-Akku montieren können, braucht es eine sogenannte V-Mount-Battery-Plate. In dem Fall seht ihr, hat die auch diesen V-förmigen Ausschnitt und diese tollen Aufnahmen. Und diese Platte kann wunderbar hier auf unser Rod-System geslidet werden. Festgeschraubt. Und jetzt können wir uns den V-Mount-Akku nehmen. Achtung, sehr geiler Sound jetzt. Warum ist das Lichter aus? So, und schon ist unser Akku jetzt montiert. Und jetzt kann man sich natürlich zu Recht fragen, warum braucht man so einen großen Akku für so einen Rig? Das Coole an so einem Akku ist, er vereinfacht die Stromversorgung. Das heißt, man braucht nicht mehr einzelne Akkus für die Kamera, für den Monitor, für die Funkstrecke, fürs Mikrofon und so weiter. Sondern das Ziel ist, quasi alles an Stromversorgung über diesen Akku laufen zu lassen. Um auch dann, wenn er leer ist, einfach einen neuen Akku einsetzen zu können. Und dann letztendlich einfach Zeit und Aufwand zu sparen. Was uns zum nächsten Thema bringt, Kabel. In dem Fall würde ich sagen, das Wichtigste zuerst, wie versorgen wir die Kamera mit Strom? Ihr seht schon, der V-Mount-Akku hat hier ganz verschiedene Stromausgänge. Und man könnte jetzt zum Beispiel hier mit einer Dummy-Batterie sofort den Akku ersetzen. Ich habe mich aber für eine andere Lösung entschieden. Nämlich gehen wir hier aus dem ganz normalen USB-A raus. So. Und mit diesem USB-C-Kabel gehen wir jetzt hier in den USB-C-Port meiner Sony-Kamera. Licht geht auch schon an. Das heißt, die Kamera ist mit Strom versorgt und lädt auch noch den internen Akku nach. Man könnte jetzt auch die Kamera mit einer sogenannten Dummy-Batterie versorgen. Das heißt, es ist dann ein, ja, Placebo-Akku kann man fast sagen, der einfach direkt von dem V-Mount-Akku in die Kamera geht und den Akku ersetzt. Warum ich das aber nicht gemacht habe, ist, weil sollte während einer Aufnahme irgendwas mit der Stromversorgung nicht funktionieren, dann kann es sein, dass, wenn die Kamera während der Aufnahme keinen Strom mehr bekommt, sie plötzlich ausgeht und die Aufnahme abgebrochen wird. Das will ich natürlich vermeiden. Das heißt, ich lade hier eigentlich immer nur konstant den Puffer nach und habe im absoluten Worst-Case immer noch einen komplett vollen Kamera-Akku in der Kamera verbaut. Und jetzt kommen wir nämlich zur zweiten Frage. Wie versorgen wir den Monitor mit Strom? An der Stelle nehmen wir den Monitor auch nochmal ab, dann kann ich euch das nämlich besser zeigen. Der Atomos Tenobi hat wie die meisten Monitore eine Aufnahme für sogenannte NPF-Akkus. Das sind absolute Standard-Akkus, sehr günstig. Kann man hier super easy rein- und raus-sliden. Aber wie gesagt, wir wollen das Thema Stromversorgung ja vereinfachen. Das heißt, ich habe hier einen sogenannten Adapter. Der ist von Atomos direkt natürlich auch verlinkt. Der hier rein rutscht und anstatt ein NPF-Akku zu sein, hier diesen Ausgang hat. Ich habe hier ein ganz normales DC-Kabel. Das gäbe es in dem Fall auch von Atomos, aber es war mir ehrlich gesagt zu teuer. Das hat wirklich hier nur einen Bruchteil gekostet. Und das lässt sich jetzt hier an der Seite in den D-Tab-Port vom V-Mount-Akku einsetzen. D-Tab ist auch ein Anschlussverfahren. Ich weiß nicht, woher das kommt, ehrlich gesagt. Ist aber auch sehr verbreitet in der Filmmaking-Branche. Und jetzt, seht ihr schon, können wir hier auf On drücken und der Monitor schaltet sich ein. Für das Kabelmanagement nutze ich hier ganz gern die Drehnasen von der Baseplate. Das ist eigentlich ganz cool. Dann kann man hier hochgehen, zack, noch einmal an der Nellverschlussschraube von dem Handgriff. Und schon hat man hier das Kabel einigermaßen clean zum Monitor geführt. Hat hier auch noch genug Spielraum, um den Monitor zu verdrehen. Ihr seht schon, Monitor ist an, sagt aber no Input. Ja, er hat also kein Signal. Wie soll er das auch haben? Er hat ja aktuell noch keine Verbindung zur Kamera. War auch eine Frage von euch, die er mir auf Instagram gestellt hat. Welches HDMI-Kabel nutzt ihr? Ich nutze in dem Fall ein HDMI-Kabel von, wer hätte es gedacht, auch wie das Warwick. Da kostet ein Kabel ungefähr 10 Euro. Die sind relativ dünn, halten relativ viel aus. Und bevor ich mir ein teures Kabel von Atomos für ungefähr 50 Euro kaufe, was dann wirklich groß und schwer ist. Und ja, es mag vielleicht wirklich stabiler sein, wie auch immer, habe ich lieber fünf von den Kabeln auf Reserve. Das Ganze ein bisschen kleiner, leichter und billiger und ein bisschen mehr auf Verschleiß getrimmt. In dem Fall ist das Kabel auch Full-Size, Full-Size. Also zwei große HDMI-Anschlüsse, weil nämlich der Atomos Shinobi hier einen HDMI-In hat. Und mit dem zweiten gehen wir jetzt in den HDMI-Ausgang der Kamera rein. Ihr seht schon, jetzt macht auch die HDMI-Klemme Sinn. In dem Fall lässt sich die festschrauben und schützt das HDMI-Kabel und beziehungsweise den Port einfach, dass wenn hier irgendwie von außen was drankommt, sich einfach das Ganze ein bisschen besser sichert. Die wichtigsten Bestandteile des Rigs sind jetzt schon mal dran. Das heißt, Kamera ist vollständig, Stromversorgung ist gefixt, wir haben einen externen Monitor, um unser Bild zu kontrollieren. Wir haben hier zwei verschiedene Griffmöglichkeiten. Das ist alles schon mal super und funktioniert als Rig auch jetzt schon so. Aber folgende Dinge habe ich jetzt noch zu ergänzen. Zuallererst haben wir hier einen sogenannten Lens-Support. Das müsst ihr euch vorstellen wie eine Stütze für das Objektiv. Kommt hier vorne dran, geht auch auf diese Rots hier drauf. Und ihr seht schon, jetzt kann man von unten diesen Schlitten gegen das Objektiv drücken, festschrauben. Und was das Ganze macht, es gibt dem Ganzen einfach nochmal einen zweiten Kontaktpunkt. Was uns natürlich auch nochmal hilft, die Achse eben zu halten, das Objektiv auch nochmal zu stützen. Und ihr seht schon, diese Räder hier laufen auf dem Fokusrad. Und das heißt, trotz Kontaktpunkt hat man hier immer noch die Möglichkeit, sehr gut zu fokussieren. Als letztes kommt dieses Teil hier ins Spiel, eine sogenannte Madbox. Dieses Ding kommt hier oben drauf. Das funktioniert folgendermaßen mit sogenannten Adapterringen. Und jetzt lässt sich diese Madbox hier draufsetzen, auch festschrauben. Und ihr seht schon, sitzt jetzt einwandfrei vorne vor unserem Objektiv. Aber wofür braucht man jetzt so eine Madbox? Das Ganze kommt nämlich aus dem Kino- und Filmbereich und gibt einem die Möglichkeit, bei richtigen Filmlinsen, also jetzt keinen Fotoobjektiven, wie es die sind, Filter verwenden zu können. Das heißt, ID-Filter, Polarisationsfilter oder alles an Filtern wird quasi hier vorne eingespannt. Könnte ich vorstellen wie ein Schlitten. Und zusätzlich gibt es dann hier diese sogenannten Doors, um quasi noch Reflektionen und Flares abzublocken. Sage ich euch ehrlich, benutzt die Madbox hauptsächlich wirklich als schnellen und universellen Objektivdeckel. Und natürlich, not gonna lie, dieses Ding sieht einfach geil aus. Lässt das Rig nochmal deutlich größer und professioneller wirken. Was natürlich sowohl beim Kunden gut ankommt, einem selber Spaß macht. Und ja, auch wenn man mittlerweile deswegen von den Profis aus der richtigen Film- und Cinema-Welt belächelt wird. Mein Gott, so ist es halt. Lasst uns doch auch ein bisschen unser Cinema-Rig-Feeling haben. Ja, das ist zumindest meine Meinung. Jetzt ganz zum Schluss, ich hätte es fast vergessen, kommt hier oben noch mein letztes Attachment dran. Nämlich von Peak Design die Möglichkeit, hier einen Sicherungs-Strap dran zu machen. War zum Beispiel super wichtig, als wir mit dem Helikopter über Köln geflogen sind mit offenen Türen, sich hier einfach das Rig nochmal sichern zu können. Sehr, sehr, sehr cooles Feature. Und ja, an der Stelle muss ich sagen, das ist mein perfektes Handheld-Setup für 2024. Es ist super flexibel, es ist sehr variabel, man kann unten direkt ins Stativ reingehen, man kann das Medium-Setup rauslösen, wenn man es nochmal kleiner und kompakter braucht. Aber ich glaube, dass ich hiermit wirklich mein perfektes Setup gefunden habe, um für mich als Solo-Shooter unterwegs zu sein. Natürlich werde ich je nach Produktion das Ganze auch nochmal ein bisschen anpassen. Und das ist auch das Schöne an dem Rig, dass man eben sehr variabel direkt auf die Produktion zugeschnitten arbeiten kann. Jetzt würde mich auf jeden Fall auch noch interessieren, wie sieht euer Rig aus? Schickt mir da gerne DM, einen Kommentar, wie auch immer. Checkt mein Insta für mehr Behind the Scenes. Und bevor ich weiter drumherum quatsche, würde ich sagen, ich packe es direkt los. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video, es ist nämlich schon einiges geplant.